Jo Leute was geht, willkommen zu Diablo 4 und gestern hat Diablo bzw. Blizzard endlich Informationen zu Season 3 rausgehauen und ich habe mir das ganze hier durchgelesen und es liest sich sehr sehr geil ich muss direkt sagen mit den Runenwörtern lag ich halb falsch oder halb richtig, da kommen wir gleich drauf zu sprechen sind keine Runenwörter für einen selber, sondern für einen Begleiter der neu reinkommt, sehr sehr cool die Saison, den Namen wissen wir jetzt auch, Saison des Konstrukts wird das ganze heißen und dreht sich um einen komplett neuen Dungeon, so ähnlich wie wir es in Season 2 hatten mit Lord Seer gibt es jetzt einen neuen Dungeon in der Questreihe mit einem neuen Endboss und wenn man den besiegt, wird es wahrscheinlich wie bei Lord Seer auch wieder verschiedene Unique-Drops geben also ich denke mal das ganze Thema wird sehr ähnlich sein zu Season 2 auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, das ganze wird in Kejistan, unter der Wüste von Kejistan stattfinden Lord Seer war ja in der Trockensteppe, da wo auch der Dungeon war, das Schlachthaus und diese Questreihe wird in Kejistan sein das ganze wird wie gewohnt am 23. Januar und 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden ich gehe stark davon aus, dass wieder 19 Uhr erstmal ein Server-Update kommt das ganze mindestens eine Stunde dauert, bis wir dann wieder reinkommen wir hatten zu Season 2 leider 2 Stunden sogar also geht mal davon aus, dass es auf jeden Fall Verspätung gibt wenn ihr nicht auf weißen Kohlen sitzt, dann guckt einfach am nächsten Tag rein da werdet ihr keine Probleme haben ansonsten könnte es sein, dass ihr zwischen 19 und 21 Uhr Probleme habt reinzukommen vor allem wenn ihr das Update schon gezogen habt was ihr machen könnt als kleiner Tipp ist das Update nicht ziehen, Spiel schließen um 19 Uhr und wieder öffnen und dann solltet ihr zumindest schon mal eure Season-Character in Eternal einsortieren können das könntet ihr dann quasi in der Zwischenzeit machen von 19 Uhr bis dann die neue Season am Start ist und die Server Maintenance vorbei ist die Serverwartung, das werde ich dieses Mal auch machen ich werde das Update erstmal noch nicht ziehen werde erstmal so reingehen und mich ein bisschen umschauen und auch die Sachen in Eternal einsortieren und dann ganz entspannt in die nächste Season gehen was wir auch mal festhalten müssen, meine Übersetzung war richtig es geht um einen Webstuhl und was ich ganz spannend finde von Sollton Cool und den kenne ich aus Diablo 3 den Typen, der Name ist mir auf jeden Fall ein Begriff und der kehrt jetzt hier wieder finde ich sehr cool und jetzt kommen wir glaube ich zu dem spannendsten Feature von der Season und das ist ein Gefährte ein Sehneschallgefährte und der scheint wohl entweder die Spinne ich glaube es ist die Spinne und das sind die Gegner und diese Spinne könnt ihr ausrüsten mit Runen also wir waren mit Runen nicht ganz falsch aber es ist nicht so, dass ihr die Runen an euch selber reinpackt sondern dass die Runen auf euren Gefährten gepackt werden und diese Runen dann sehr sehr viele verschiedene unterschiedliche Fähigkeiten, Bonis und Angriffe im Endeffekt sind das Ganze könnt ihr euch selber wie immer in die Patch Notes beziehungsweise hier dieser Beitrag in der Videobeschreibung markiert ich werde hier jetzt nicht komplett durchgehen was es da alles gibt das gucke ich mir ganz entspannt am 23. in der Season an ich will mich da noch nicht so spoilern lassen klar werde ich hier übertrieben gespoilert aber ich will mir jetzt nicht jeden einzelnen raussuchen und schon Bilds machen und was könnte und würde am besten passen deswegen, wir können uns mal einen hier zum einen Leitstein, so nennen die das mal durchlesen Autoverteilung das sehende Schallkonstrukt aktiviert ein antimaterielles Feld um sich selbst das gegnerische Projektil aus der Luft schießt kann keine von Bossen oder Spielcharakteren stammenden Projektil aus der Luft schießen da habe ich eine Idee das kam mir direkt mit diesem Begleiter der eine oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen ich habe ja ein Pazifistenbild gemacht und mit dem hier könnte man das Pazifistenbild natürlich aufs nächste Level heben es gibt jetzt kein Schlachthaus mehr was ich damit machen könnte um mich selber zu testen aber komplett durchspielen ohne irgendwas zu machen und der Begleiter macht alles für einen ist vielleicht was für Ende der Season von Season 3 was ich da mal ausprobieren werde auf jeden Fall sehr cool und wie ihr seht das sieht sehr ähnlich aus von Season 2 diese Leitsteine müssen wir uns dann erstmal besorgen dann könnt ihr die hier reinpacken und hier gibt es auch wieder Level also das meinte ich mit ist sehr ähnlich zu Season 2 und dann kommt etwas ins Spiel das hat gar nichts mit der Season zu tun sondern das kommt insgesamt neu ins Spiel mit rein quasi ein neues Endgame was ab Weltstufe 3 freigeschaltet wird und das sind die Gewölbe und die Gewölbe könnt ihr euch vorstellen wie ein Nightbad Dungeon nur dass ihr anstatt normale Gegner diese Gegner bekämpft und es wahrscheinlich andere Belohnungen andere Drops und so weiter gibt also da bin ich sehr gespannt inwieweit sich das abhebt von den normalen Nightbad Dungeons und wieso man vielleicht lieber ein Gewölbe macht anstatt ein Nightbad Dungeon also was da für andere Belohnungen gibt vor allen Dingen kann man dort auch Rune leveln also das wird auf jeden Fall sehr spannend was das Gewölbe hier mit sich bringt werde ich auf jeden Fall direkt machen das Ganze benötigt kein Siegelpulver sondern sogenannte Perlen Perlen des Schutzes und dann wurde ja schon was angekündigt mit besten Listen und Herausforderungen das wird erst im Laufe der Season mit dazu kommen wahrscheinlich ähnlich wie das Schlachthaus nach 6 Wochen kommt dann diese Herausforderung mit rein und die wird sehr ähnlich sein zu Season äh zu Season zu Diablo 3 wo ihr ja jede Woche eine unterschiedliche Herausforderung habt wo ihr es besten Listen gibt wer da am schnellsten und am besten war und wahrscheinlich wird es dann auch irgendeine Truhe geben die ihr dann auf irgendeinem Charakter aufmachen könnt ich bin ganz ehrlich das interessiert mich echt am wenigsten von allem ich weiß aber dass viele sich darüber freuen so eine Bestenliste zu haben dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten ein paar Quality of Life Änderungen erstmal das wird der Höllenflut das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt die Höllenflut wird jetzt durchgehend sein das heißt immer von Punkt bis 55 also 55 Minuten wird das Ganze laufen dann habt ihr 5 Minuten Pause und am Punkt geht die nächste Höllenflut weiter die Frage hier die bei mir auf der Seele brennt ist wird die Glut übernommen oder wird die dann in dieser 5 Minuten Pause resettet wenn die resettet wird bin ich ein bisschen enttäuscht würde ich sagen ich hoffe es ist wie in der Bluternte dass das wirklich dann dass man auch mal ein bisschen farmen kann dass man sagt ey ich gehe jetzt 4 Stunden in die Höllenflut sammle da Blut ohne Ende und irgendwann gehe ich eine Stunde lang nur Truhen öffnen ja ich hoffe einfach dass die Glut da übernommen wird und nicht immer resettet wird wäre auf jeden Fall ganz cool dann für die PC Leute vielleicht interessant ihr könnt demnächst mit WASD auf der Tastatur steuern bislang ging das nur mit der Maus ähm ja ist für mich eh interessant weil ich auf der Playstation spiele dann kriegen wir ein zusätzliches Fach in der Beutetruhe sehr cool das heißt nochmal ein bisschen mehr Platz ist auch wichtig weil jetzt gerade wenn wir den Seasonal in Eternal holen haben wir viel Zeug was wir reinpacken müssen die ganzen Uber Unix, neuen Unix die dazukommen und das ganze Thema mit den Codexen ist auch noch am Start das heißt da haben wir auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen mehr Platz außerdem wurde der, wurde die Rate erhöht um die Bestie im Eis herauszufordern da gibt es ja nach einem Nightmare Dungeon eine Chance ein destillierte Furcht zu erhalten und diese Rate wurde jetzt erhöht äh außerdem gibt es Neuverteilung im Fähigkeitsbaum und beim Handeln von Gold, das hatte ich auch schon mal erzählt wir können jetzt die Gold, was ihr handeln wollt einfach eingeben auf der Konsole oder müssen das nicht mit Pfeil hoch und Ewigkeiten warten bis wir da mal in Millionen oder Milliarden kommen ähm das wurde auch äh verbessert vollständige Patch Notes gibt es am 19. Januar macht ja auch Sinn am 18. das heißt übermorgen kriegen wir das Campfire da werde ich auch am 19. eine Zusammenfassung für euch machen da müsst ihr euch nicht das ganze Blabla anhören und am 19. gibt es dann die vollständigen Patch Notes mit den Unix die wir noch nicht wissen mit den neuen Codexen mit den legendären Aspekten mit den harten Effekten zu Buffs und Nerfs von den Charakteren, von den Fähigkeiten von Unix das wird sehr spannend und werde ich recht behalten und bekommen wir ein neues Uber-Unix das äh wird auch sehr spannend ja dann noch ein paar Worte zum Battle Pass es gibt natürlich wieder drei neue saisonale Sägen einmal verlangerte Dauer von Schreineffekten einmal ähm ein zusätzlicher Abstimmungsstein zu bekommen das bedeutet wahrscheinlich ist ja sowas wie ein Leitstein für sein Kameraden und eine erhöhte Chance eine große Sammlung aus dem Flüsterbelogen zu halten bedeutet diese braune Truhe am flüsternden Baum zu bekommen ähm ja finde ich alles nicht so spannend es wird wieder mehr Erfahrung geben auf jeden Fall so wie es immer ist ansonsten war es das eigentlich schon klar gibt es viele neue Skins und so aber das war es was hier uns präsentiert wurde ich finde auch den Skin ehrlich gesagt wieder nicht so geil überlegt euch ganz doll ob ihr ähm euch den Premium Battle Pass holt oder ob euch der Free Pass genügt und dann warten wir mal ab auf übermorgen wenn wir dann das Campfire Chat haben und welche Unix reinkommen Oberunik Buffs und Nervs das wird nochmal sehr spannend und ansonsten sehen wir uns alle am 23. in Season 3 ich habe richtig Bock hätte ich gar nicht gedacht dass mich Season 3 nochmal so catcht nachdem Season 2 ja nach 2 Monaten ungefähr die Luft raus war aber jetzt Season 3 ich habe wieder übel Bock und äh ja schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare wie findet ihr das Ganze seid ihr auch gehypt oder seid ihr eher enttäuscht ich würde mich hier immer über ein Follow auf den Kanal freuen selber ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal haut rein und dann